Eine besonders spannende Entwicklung an den Kapitalmärkten ist gerade in den USA die Diskussion zwischen den großen Investoren Icahn und Warren Buffett. Der eine hat gesagt, dass er Apple für überbewertet hält und verkauft, der andere hat für eine Milliarde gerade gekauft, Warren Buffett eben. Die Frage ist, was macht der Kapitalmarkt damit? Wenn man guckt, wie die Investoren im Moment diese Themen aufnehmen, stellt man in den USA fest, dass die Technologiebörse Nasdaq tatsächlich die allerhöchsten Verkaufsraten, Short-Positionen einnimmt seit fünf Jahren. Das deutet darauf hin, dass viele Investoren tatsächlich dem Technologiesektor im Moment negativ gegenüberstehen. Auf der anderen Seite bewertet der Markt Energieaktien im Moment sehr positiv. Das hat natürlich mit der Ölpreis, mit der gesamten Energieerholung zu tun. Die Frage ist, wie geht das nach vorne? Und da haben wir als Deutsche Bank eine durchaus andere Meinung, als der Markt hat. Wir sind eher auf der Seite von Warren Buffett. Wir glauben, dass die Technologiewerte nach wie vor Potenzial haben. Sie sind nicht hoch bewertet und insofern glauben wir, dass der Markt möglicherweise irgendwann diese Short-Positionen auflösen wird müssen und wir dann eine bessere Entwicklung in den Technologiewerten wiedersehen werden, die ja durchaus heterogen, also auch nicht unisolo schlecht berichtet haben. Auf der Energieseite stellt sich das Bild auch bei uns völlig anders dar, als der Markt ist im Moment beurteilt. Wir glauben, dass die Energiewerte zu weit gelaufen sind. Manche davon haben sich vervierfacht in den letzten Wochen. Insgesamt ist der Sektor um etwa 65 bis 70 Prozent angestiegen, der Ölpreis aber nur um 50 Prozent. Also da dürfte ein wenig zu weit vorgelaufen sein. Der Markt kalkuliert mit Ölpreisen von mindestens 80 Dollar pro Barrel. Wir als Deutsche Bank gehen in 2017 von einem durchschnittlichen Preis von 60 Dollar pro Barrel aus. Also auch hier sind wir deutlich vorsichtiger und insofern unterscheiden wir uns hier tatsächlich von dem Markt. Wir sind der Meinung, dass Technologieaktien weiterhin ein Investment sind, gerade auch strukturell, strategisch nach vorne hin, wohingegen wir Energieaktien im Moment nicht bevorzugen würden, weil wir glauben, dass hier schon einiges eingepreist ist an Hoffnung, was sich in der Zukunft überhaupt erst materialisieren müsste.